willkommen zu einem etwas anderen video als sonst eigentlich gewohnt ja der alte einleitungssatz muss man wieder herhalten für ein etwas spezielleres video ich werde von einem netten herr namens lovolup könnte jetzt wenn er böse sagen werden kritisiert und dann springe ich irgendwo aus dem fenster raus nein er macht das so ein feedback dass auch ich ein bisschen besser sehe wo kann ich mich noch verbessern und wie kann ich das besser machen und ich habe mir da so ein kleines kärtchen gemacht weil ihr die schon bis länger bei mir da sind auf dem kanal die wissen ich rede ziemlich gerne aber es muss auch ein bisschen komprimiert werden weil sonst schwert sich da ins unendliche also gehen wir mal zu zum ersten punkt die ich mir aufgeschrieben habe nämlich mein kanal mein kanal existiert schon ein etwas länger aber als let's player kanal werde erst seit 2010 genutzt aber da komme ich dann später drauf zu weil ich möchte da noch etwas kurzes dazu sagen deswegen ich bin der silvan ich komme aus der schweiz in der nähe von bern also ich habe alle alle die aus europa kommen ich habe das geld bei mir im keller so wie sich das gehört bin 20 jahre alt und bin im moment in der ausbildung zum kaufmann dienstleistung und administration das heißt ganz simpel es hört sich übelst heiß gilt an aber ist einfach einer der im büro arbeit kann man schlicht zu sagen nachdem möchte ich dann richtung marketing oder personalwesen gehen oder so ein bisschen das persönliche zu mir dann wollte ich habe ich ja schon was angekündigt oder gesagt wegen dem in den jahren ich bin jetzt schon fast seit drei jahren fast dabei richtig alter sack aber ist immer noch nicht los geworden dieses hobby ich entschuldige für das kabel dass man vielleicht manchmal hört aber ich krieg das immer noch nicht richtig gebacken naja jedenfalls ist so bin seit ungefähr drei jahren dabei jetzt muss ich einen kleinen exkurs starten denn viele die dann feedbacks machen ist nicht negativ gemeint reiten dann ein bisschen darauf rum aber weil ich mich halt nicht erklären kann weil es ein schwierig ist wenn man das zeigt zeitlich in abständen macht ist nämlich so ich habe 2010 angefangen und da sieht man halt einfach die videos haben alle rennen da und es schneit und was weiß ich es war wirklich schittig kann man wirklich so sagen und ich habe mich erst richtig damit beschäftigt weil ich auch wieder mehr zeit habe und auch mich ein bisschen mehr damit beschäftigen wollte war das anfangs 2013 ende 2012 vielleicht ungefähr umgekehrt sagen aber egal habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt die rennen daraus zu bekommen das schneiden weg zu bekommen neues headset gekauft und 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 neuer pc und deswegen ja ist es halt wirklich so dass ich so ein bisschen als als neuanfang bezeichnen möchte weil halt einfach alles ein bisschen neuer ist besser aussieht und man es besser anschauen kann obwohl es mich persönlich nie gestört hat auch bei anderen aber ist jetzt halt im steht dazu im raum und das wollte ich halt einfach so kurz noch gesagt haben dann nachdem ich viel zu viel erzählt habe ich mal ein bisschen zu meinen projekten die ich moment am laufen habe sehen sie in den angesagten playlist rayman m ein geniales spiel aus meiner kinderheit ist in den ersten zwei parts ist der sound leider noch ein bisschen zu laut ich habe das selbst gemerkt leider und er werde das natürlich auch anpassen aber dort werde ich alle armen durch zogen und ein bisschen spaß haben dann dort massai of my magic schlitz spiel super für mich gemacht jeder der neue auf meinen kanal kommt merkt gewalt ist gefällt mir ist immer da und ist schön und da jetzt auf die spitze getrieben und ein echt hammer spiel wenn ihr interesse habt guckt es euch an dann arkham city hammer spiel ich bin der größte batman fan den es gibt und das war ein pflichtspiel domicom 64 ist ein spiel das ist so eine kleine passion von mir ich habe das übelst viel zu hause auf der heimkonsole gespielt also auf dem n64 und dass ich es letzt bleiben wollte ich war mir nicht sicher kann ich das möchte ich das und ich habe es zum glück durchgezogen muss wieder mein kabel wegnehmen sorry und um finde das super und welche das auch so überbringen weil es wirklich das projekt das mir am meisten spaß im moment macht möchte auch noch ein bisschen meine zweite leidenschaft reingehen kann das synchron sprechen dann gehen wir weiter skyrim super rollenspiel super hammer komischerweise ist das auch bei mir übelst leise auch wenn ich ihn voll aufgedreht habe egal soll niemanden stören schlitzen kann man auch ohne ton und deswegen ist das halt da dann eine rubrik die noch nicht so lange existiert ist sie macht fünf wird in der werbetrommel das ist eigentlich so ich stelle leute vor aber ich bewerte niemanden da ich immer sage ich kann niemanden bewerten weil jeder seine eigene meinung hat und ich mir das recht nicht rausnehmen möchte deswegen mache ich nur sein first view nenne ich es gerne zeige was die leute machen wie vor und nachteile was man mitbringen sollte um den kanal zu mögen und dann ist man da sich selbst überlassen dass sich anzusehen und dann entsprechend zu bewerten jetzt hat er viel erzählt ganz viel erzählt kanal abgehakt ich bin drin gewesen projekte waren drin real life meine hobbys neben pc sind schauspielern sieht man vielleicht auf meinem vielleicht tschuldigung auf meinem zweiten kanal ja und sonst bin ich gerne um leute herum nerven die gerne provoziere gerne so wie sich das eigentlich gehört viel gibt es eigentlich zu meinem kanal sonst nicht zu sagen außer dass wenn jemand sich über den hintergrund habe ich ein bisschen was gehört ich muss wirklich ganz ehrlich sagen mir hat jemand den hintergrund gemacht ich weiß gar nicht mehr wer das tut mir leid und ich habe keine ahnung von hintergründen deswegen ich von den hintergrund für mich passt da ich habe da nichts auszusetzen aber die die ahnung davon haben werden dann wahrscheinlich sagen da ist irgendwas drin was nicht so gut ist aber ja da kann ich leider nichts dazu sagen dann bleibt abschließend da nicht nur zu sagen ich danke für das dass ich zeit habe hatte mich vorzustellen dann gebe ich das heft weiter an lovelop und wünsche den zuschauern viel spaß bei diesem video viel spaß mit meinen videos und den videos von lovelop die it's your turn my friend ja so dann danke fürs heft und mit mein turn schauen wir gleich was im heftigen drin steht genau so ein paar dinge punkte ne bisschen ironie muss auch mal sein ja erster eindruck würde ich mal so sagen schaut ganz cool aus also mit dem hintergrund bild ist ziemlich schlicht gehalten und zeigt vor allem bisschen was von dir bzw über deine spieler was zum let's play ist was du gern zockst und finde ich an sich schon zu scrollen ja bisschen wenig aber mein hintergrund bild selbst nicht so das beste es war einfach nur so ein übergangsbild selbst gemacht und ja ich denke was kann man lassen ja was gibt es hier noch so alles der mensch der das blake line schreibt muss ich dir schon mal recht geben eigentlich hast du wirklich recht weil ja ich weiß gar nicht wieso schreibt es eigentlich jeder groß weil es einfach besser aussieht oder so ja weil man deutschland einfach groß und kleinsteilung hat was ich persönlich ziemlich scheiße finde ziemlich scheiße aber ja ohne kommentar einfach gut also was kommen wir oder beziehungsweise was stehen da noch so drin in der box rechts oben über der mensch der das blake line schreibt guten tag ich bin ach ja erst mal der schweizer zocken kann guten tag ich bin der sylvan 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 ich bin nicht sicher wenn es ausspricht korrigiere mich bitte wenn ich falsch lieg und bin schon seit knapp drei jahren mit dabei nach einem neuanfang 2013 ist alles wieder auf anfang ich mache wie man uns schnell sehen kann mit displays nebenbei mache ich auch werbung für andere kanäle bei interesse bitte nicht ich würde mich über offene offene übernennen kommentar freuen und bin stets offen für konstruktive kritik und anregungen ich wünsche euch viel spaß auf meinem kanal mit kein verrutscht verrutscht ja ganz netter text sagt auch ein bisschen was über dich und vielleicht bisschen abgehaktes sätze oder so aber nicht weiter schlimm jetzt also ich denke mal es kann man schon lassen ich habe vorhin gesehen 417 videos hast du schon aber erst 69 abonnenten was ist da los also bei mir ist es zwar selbst noch so ziemlich wenig aber 417 videos ich bin mir selbst gerade bei knapp 500 aber 417 videos muss ich schon sagen ist schon einiges und obwohl ich eigentlich schon auch ein fan von donkey kong und so bin oder generell so ein paar retro spieler weil ich es einfach selbst auch ziemlich feier ja finde ich es auf alle fälle schade dass du doch erst so wenig wie wir schon abonnenten hast weil wie ich sehe steckst du echt einiges in arbeit rein für deine videos und ja wo wir gerade beim thema sind schauen wir doch einfach mal rein ein video haben wir im checkband vergessen beschreibung titel genau beschreibung muss haben wir die beschreibung ja relativ lang wie mir ich auch man kann es bisschen abkürzen aber ich denke es noch in ordnung nehmen wir gleich mal das erste video das neueste willkommen zurück ich habe mal das game neu gestartet ich hoffe es leckt nicht mehr müssen wir gehen jetzt da legen den schädel und seine position irgendwo einen schlüssel dafür geben wir sollten uns danach um naja sagen es nicht leckt bin ich kann ich das gerne machen aber ich kann hier anscheinend nicht viel machen hier wurde ich ja von den netten spinnen begrüßt die mir erst mal guten tag sagen ja also bisschen klein kritik am anfang schon mal ich würde vielleicht immer so ein bisschen begrüßen und vielleicht sogar sagen welche spiel du gerade spielt ist also zum beispiel ich mache das so willkommen zu einem neuen let's play von far cry 3 oder so muss natürlich nicht machen vielleicht dass du so ein bisschen eine eigene vorstellung die vorstellung aber einfach seine eigene art ist natürlich auch okay und dann kommen wir mal zu beschreibungen der ord gibt mir mal echt auf die fresse und wir begeben uns in die krypter mehr anzeigen das macht mich jetzt ein bisschen traurig zum einen kategorie sport zocken jetzt das sport das kann man sich darüber streiten ja also zu der beschreibung muss ich schon mal sagen sehr kurz und auch wieder ein bisschen abgehakt also unbedingt ergänzen also ist ganz wichtig und zwar das auch wieder ein bisschen was mit zoom maschinen optimierung zu tun und zwar der text der in deinem text der beschreibung und einem titel steht hilft dir besser gefunden zu werden du wirst zum beispiel jetzt wie ich im letzten promotion wie schon gesagt habe schneller gefunden wenn das zum beispiel zweimal dark mesia reinschreibst als wie wenn du jetzt nur einmal reinschreibst also von dem her hau ruhig noch irgendwie so ein paar links rein von den entwicklern oder von der homepage vielleicht von irgendwas allem noch auf alle fälle schreibers ein hat nur ein positiver effekt kannst du bei mir einspicken auf alle fälle macht das schon echt sinn und ja weil wir noch ergänzen und vielleicht bei kategorie über die spiele nehmen und zwar das sind okay im moment kann noch passieren ja realitäts werden aber später wenn du mal so richtigen große youtube ist dann wird unser angesagter spieler zum beispiel dann wirst du angezeigt mit ja was du gerade zockst wie gesagt im moment noch ja bisschen in weiter ferne aber gut was gibt es noch batman mich das war jetzt das denn egal silo 785 rührt in der werbetrommel sieben minuten mako schauen trommeln können machen wir gleich noch eine cross promotion einem auch auf den kopf fallen das tut weh ich habe sie gefangen und und hallo und rühre seitdem fast 26 videos darin und mit diesen worten begrüße ich euch zurück zu silo 785 rührt in der werbetrommel ihr wisst es ist samstag und ja an sich auch schon mal ganz nett das muss ich nur kurz schauen wie schaut da die beschreibung aus trommeln können eine sehr kurz also für alle verlängere beschreibungen ganz wichtig ups das war jetzt mein auto city das wollte ich jetzt eigentlich ja genau die ersten zwei drei haben wir schon vier intro fällt raus qualität stoppen jetzt gleich mal anhalten damit man es nicht sagen könnte ich nutze immer internet explorer nutze ich jetzt heute mal google ins google chrome mozilla qualität 27p ist in ordnung kann man lassen vielleicht mal mit einem neuen pc der neuen grafikkarte oder neuen bildschirm auf 1080p könnte man machen also qualität an sich rennes du es ganz nett sehe ich schon es läuft einigermaßen flüssig seitenverhältnis 16 zu 9 nicht wie ich das gerade sehe also wahrscheinlich hast du schon 24 zoll bildschirm und ja abmischung dezibel gebe ich gleich da noch einen tipp musik fällt auch raus und qualität der musik beziehungsweise im ton willkommen zurück ich habe mal das game neu gestartet ich hoffe es leckt nicht mehr ist auch schon in ordnung und ja zur abmischung beziehungsweise zu den dezibel von dir und im spiel ich kann noch einen tipp geben und zwar ich vorher gehört dass du skyrim ein bisschen tonprobleme hast willkommen zurück zu skyrim ich genau so meinte ich das vorher okay dann ja kannst du das was ich vorher gesagt habe ignorieren praktisch und ja auf alle fälle ist die begrüßung hier in dem video echt nett beschreibung fehlt natürlich wieder hier ist sogar kategorie spieler gut und auch eine relativ kurze beschreibung könnte man jetzt sogar ein bisschen erweitern oder verlassen wie gesagt an sich sache und zur musik es gibt so ein programm des namens mp3 gain ich glaube ich spreche muss aus werde ich unten im beschreibung verlinken und zwar kannst du mit dem wenn du zwei audiospuren aufnimmst ja zum beispiel eine ausspiel nehmen und dann auf deine gewünschten dezibel rendern also zum beispiel auf 89 dezibel standard lautstärke was ist denn das bei mir die ganze zeit eigenartig naja auf alle fälle kannst du auf deine also jetzt aber dann sorry für die komischen geräusche im hintergrund aber ja ohne kommentar auf alle fälle kannst du dann so auf die lautstärke rennen wie du willst und ja für mehrere audiospuren kann ich nur empfehlen nimm die x-tory nimm mit mehreren audiospuren auf und ja soweit von mir ich würde sagen viel glück weiterhin soweit es könnte loll tun ich will da noch die stört es ist schlimm viel glück weiterhin und ja mach weiter so bis zum nächsten kanal promotion video und bis dann